Ja, Moinsen, meine Meisterin, was geht Krypto gegen die SEC, wir nennen sie ja immer die SEC gegen Krypto oder aktuell eher die SEC gegen die Börsen. Jetzt gerade natürlich in aller Munde die Binance-Geschichte und alle machen wieder Klicks drauf, oh Binance-CZ um 4,3 Milliarden Dollar und ich bin euch jetzt mal ganz ehrlich, liebe Freunde, wen juckt dieses Theater denn noch? Also, mich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Das Thema hat ja jetzt wirklich mal mittlerweile auch Ausmaße angenommen, wo du gar nicht mehr weißt, was du zuerst berichten sollst. Binance jetzt, Bittrex, die OG-Börse übrigens hat dich gemacht, weil die SEC es da halt geschafft hat, Coinbase, Kraken, wem pissen die denn nicht auf die Dauerwelle? Da bringen wir doch jetzt mal wirklich eins auf den Punkt. Es geht doch gar nicht mehr darum, dass wir über jeden Fall jedes Mal wieder einzeln sprechen und detailliert und gucken mal, was hier steht und da, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Erstens, es geht sowieso immer um dasselbe Vorwurf des unerlaubten Werbpapierhandels, schön. Und zweitens, da wird doch ein ganz klares Bild deutlich. Es geht ums Narrativ und um eine Agenda. Um mehr, liebe Freunde, geht es doch nicht. Und da sprechen wir doch jetzt einfach mal aus, was jeder denkt. Setzen wir uns doch gerne mal den Aluhut auf, liebe Freunde. Es geht darum, dass die USA erstens die Kontrolle über ihr Geldsystem behält. Das ist so das übergeordnete Ziel. Nichts darf dem Dollar zu nah kommen und nichts darf dem braven Bürger erkennbar machen, dass es geile Alternativen gibt, womit sie sich ein Stück Dezentralität und Freiheit wiederholen könnten. Und knapp unter diesem Ziel steht das Ziel, diesen neuen Zukunftsmarkt unter seine Gewalt zu bringen, damit man da auch den Ton angibt und die Spielregeln diktieren kann. So, und wie machst du das am besten? Klar, wenn du die aktuellen führenden Player aus dem Verkehr ziehst oder denen zumindest das Leben so schwer wie möglich machst, bis die unter diesem Druck einbrechen wie Bittrex jetzt, damit du dich danach, nachdem du nur verbrannte Erde hinterlassen hast, dich als Held geben kannst, indem du eine Lösung bietest. Die dann wahrscheinlich wie folgt aussehen soll, dass die USA selbst die Banken und Fahrware anbietet, die uns dann in letzter Instanz Krypto verkaufen. Also, damit meine ich, das ganze Ding soll natürlich verstaatlicht werden. Nichts mit freie Marktwirtschaft, aber verpisst euch mit eure Börsen, Alter. Wir holen uns die Macht darüber, damit man uns das Geld in Rachen schiebt. Wobei das Geld dann natürlich eher nebensächlich ist. Also, teilen und herrschen, liebe Freunde, das ist das Prinzip. Es geht um Kontrolle, völlig klar. Und mit Kontrolle geht dann natürlich auch wieder das Geldthema als Benefit mit einher. So, jetzt haben wir drei oder vier Minuten vielleicht gebraucht, das ganze Thema tatsächlich zu behandeln und abzuschließen. Klingt jetzt super dumm und super langweilig, aber mehr musst du doch nicht wissen. Was soll ich denn jetzt bei jeder neuen Klage der SEC wieder anfangen, mit Unnützen einzuleiten, womit sich keiner von uns, also wir jetzt, wir, wir sind ja nicht das Repräsentantenhaus oder wir sind einfach ein normaler Mensch. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Den Privatsektor so viel wie möglich am besten alles wegnehmen, bis sie gezwungen sind, bei dir zu kaufen. Machen wir mal ein bisschen Straßenlektüre, liebe Freunde. Und ein guter Dealer auf der Street, ne, der will dir kein Tütchen Gras andrehen oder juck den nicht. Er reibt sich auch nicht die Hände, wenn du da einmal irgendwie das teure, harte Zeug bei dem kaufst. Ein guter Dealer, der ist frei von Moral, der will dich komplett abhängig machen, damit du gezwungen bist, bei ihm zu holen, wie ein willenloser Zombie. Und das, diese Information, die überträgst du jetzt einfach auf alles, was mit Finanzen zu tun hat und fertig. So, jetzt weißt du, was da abgeht. Und was wird die Folge davon sein? Nach und nach flüchten alle Anbieter aus den USA. In meist dann Gesetz und Steueroasen, weil woanders geht es ja nicht mehr. Aber wer kann es ihnen verübeln? Das kommt uns zugute, das kommt den Akteuren zugute. Malta, Singapur, fallen mir da so schlagartig ein. Die Ecken, die sind heiß, liebe Freunde, glaubt es mir. Russland und China werden nach und nach ihre Chancen erkennen und nutzen. Und wir, vor allem wir, vor allem so Raum Deutschland, Europa, wir müssen wirklich mal aufhören, diesen Schmutz ständig in Schutz zu nehmen. Weil bei den meisten von uns hat diese Agenda doch schon längst funktioniert. Alle schreien doch nach Regularien. Guckt euch in den Kommentaren um. Alle schreien doch nach Regularien. Keinen Juck doch mehr so wirklich, was Satoshi sich 2008 mit Bitcoin gedacht hat. Regularien. Wir wollen jetzt Regularien, liebe Freunde. Sobald ich euch, ich nehme mich als direktes Beispiel, sobald ich euch doch, weiß ich nicht, von New Eternal Life erzähle, mit einer Debitcard, die über Panama läuft, ja, oder meinetwegen Swiss Money mit einem IBAN-Konto über Litauen, da fängt es euch doch das Grauseln an. Gebt es doch zu. Ja, aber warum? Die Agenda greift. Wir wollen doch alle maximale Kontrolle und Ausbeutung, oder nicht? Hä? Das musst du mal einem erklären. Zeigt dir jemand weniger kontrollierte Wege auf, mit potenziell mehr Freiheit und mehr Spielraum für, ja, weiß ich nicht, selber mal ein bisschen shady werden oder so? Ist jetzt nicht, dass ich dazu aufrufe, aber ihr wisst, was ich sagen möchte? Ja, dann fangen wir doch schon an. Nee, wat der Bitkarte Panama, nee, dat du, dat hat mir mein Staat aber so nicht beigebracht, dat darf ich aber nicht, da muss ich mal erstmal hier auf Bitpanda und auf Bitwavo, wo jede einzelne Transaktion am Ende beim Finanzamt landet. Nee, dezentral, wo gibt es denn so wat? Freunde, wo kommen wir denn dahin, wenn wir uns jetzt tatsächlich auch noch in Wirklichkeit anmaßen, wirklich mal wat dezentral zu machen? Mensch. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, darum geht's doch. Eine Signalwirkung erzeugen, dass hier bloß keiner auf die Idee kommt, nach Freiheit zu lächsen. Ja, SEC geht's um Anlagenschutz, okay, da sollen wir uns natürlich weismachen. Kannst ja jetzt nicht hingehen und offen sagen, uns geht's darum, für unsere Regierung den freien Sektor zu zerstören und die Macht an uns zu reißen. Natürlich geht's denen um Anlagenschutz, Freunde, ist doch völlig klar. So resolut gegen Krypto zu agieren, das hat aber, ja, gefühlt wenig mit Anlagenschutz zu tun. Ich finde, das macht die Agenda sehr, sehr deutlich. Aber, egal ob ich wat sag oder in China fällt ein Sack reißen, die werden damit sowieso weitermachen. Und es werden mehr und mehr Börsen sein, die dem Druck am Ende nicht standhalten können. So Bittrex, die längste Börse, die OG-Börse, ist eingeknickt, die hören auf. Aber das Schöne, es ist nicht jedes Land die USA, liebe Freunde. Und es gibt halt, wie gesagt, diese offenen und liberalen Ecken der Welt und in diese wird es die Akteure verschlagen. Und früher oder später auch uns, glaubt es mir, lasst das in fünf Jahren sein oder in zehn. Aber auch die Systemhörigen, die jetzt noch voll Geisel dieser Maschinerie sind, werden spätestens, wenn sie keinen Schritt mehr tun können, ohne auf den Sack zu bekommen, werden die checken, was das mit der Grundidee Krypto und Bitcoin eigentlich auf sich hat und womit das alles eigentlich mal angefangen hat. Ein paar nicht. Aber ein paar hast du immer, liebe Freunde. Ist ja wie bei allen im Leben. Viele werden es halt auch nicht raffen. Die nennen wir ja heute MPC. Es gibt ja so schöne neue Wörter dafür. Davon sehen wir aber sowieso täglich viele in allen Bereichen des Lebens. Einfach ignorieren. Einen MPC kannst du sowieso nichts erklären. Einen waschechten MPC drehst du auch nicht um, den überzeugst du auch nicht von deiner Meinung. Der ist systemtreu, systemhörig und ganz egal. Ein MPC bleibt dabei. Aber wir werden hier zwangsläufig in der Mehrheit bald ein riesiges Erwachen erleben, liebe Freunde. Und die USA, das sei vielleicht noch dazu gesagt, befördert sich, ohne es aktuell zu wissen, aus. Weil das hier ist ein Zukunftsmarkt. Und dieser Zukunftsmarkt, der wird dann halt ohne die USA wachsen. Und die haben dann halt nichts davon. Auch mal nicht schlecht vielleicht. In diesem Sinne, liebe Freunde. Ja, Binance, gehen wir nochmal drauf. Und so, CZ und so. Bin ich euch ehrlich, juckt mich nicht. Ist ja auch nicht so, dass ich seit drei Jahren irgendwie genau das auch sage. Und die Binance-Thematik und so. Ihr wisst ja, Freunde, ich will damit nicht wieder anfangen. Es ist einfach nur lästig und nervig. Egal. So, ihr wolltet meine Worte aber auf jeden Fall dazu. Die habt ihr jetzt. Und jetzt erwarte ich eure Worte in den Kommentaren. Vielleicht war ich jetzt ein bisschen streng. Aber ja, soll ich dir sagen. Ist ein Meinungsblock. Das ist meine ehrliche Meinung. Und ja, so ist das halt, ne? Eure Meinung brauche ich, wie gesagt, auch. Runter damit in die Kommentare. Und natürlich, jetzt sorgen wir mal wieder für ein bisschen Entspannung. Alle, die, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren. Teil der Krypto-Gang werden. Denn wir sind liberal. Wir. Wir sind liberal. Und wir stehen für die Sache. Und genau. Küsschen aufs Nüsschen, Nohomo. Ich bin weg. Bis zum nächsten Video. Reingau. Respekt, no front, so. Nohomo. Ja, nee, da. Nohomo, Digga. Ja, aber. Nohomo. Wir sind da entspannt, Digga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie gesagt. Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal.